Was folgt ist einfach. Sie leistet gute Arbeit und lässt einige Köpfe rollen, bevor man sie entdeckt. Sie schafft es gerade noch, das Konto des Zebras leer zu räumen, um ihn noch etwas mehr zu schwächen und mir genügend Indizien zurückzulassen. Vorsicht, das Zeug ist super scharf. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass noch ein Puzzlestück fehlt. Welches? Ich weiß nicht. Wieso hat sie das mit unserer Tochter so lange verschwiegen? Ich habe keine Ahnung, vielleicht wollte sie dich nicht in ihre Angelegenheiten mit reinziehen. Und als ihr bewusst wurde, dass sie sie nicht mehr schützen kann, besann sie sich wieder auf dich. Ich sie beschützen und das war es, sie vor sich selbst schützen. Sie kennt doch ihre Tochter, sie weiß doch, dass für sie 200 Millionen nur ein Taschengeld sind. Sag mal, wie heißt denn dieses Zeug? Wasabi. Das ist gut. Ganz köstlich. Die Erde unter ihren Fingernägeln, woher stammt die? Kyoto, das war ja klar. Da haben Miko und ich uns gegenseitig unsere Liebe gestanden. Da hat alles angefangen und da wird alles enden. Komm, lass uns gehen.